Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So, also hier ist das eine Haus Hier sind jedenfalls überall Häuser Aber alle sind leer, wie gesagt 15 Jahre 15 Jahre ist die Kacke hier schon am dampfen Ein Wunder, so blöd wie wir sind Okay Nicht wir, sondern ich So blöd wie ich bin Und so ein Ultra-Noob Wie mein erster Name hier war Ist das ein Wunder, dass ich 15 Jahre überhaupt leben konnte Aber Deswegen ja meine Geile ausgedachte Story Dass ich 15 Jahre irgendwie im Koma war Gut, ich bin zum Glück heil davon gekommen Ohne irgendwelche bleibenden Schäden Aber das erklärt Warum ich noch lebe Irgendwo bin ich gewesen Wo die Zombies mich nicht angreifen konnten Wo die mir nicht an die Wäsche konnten Wieder nichts drin Wo die Zombies mir nicht an die Wäsche konnten Und deswegen habe ich so lange überlebt Doch dann Haben die irgendwas mit mir gemacht Keine Experimente oder so Aber ich wurde ausgesetzt Und deswegen Bin ich jetzt in dieser Scheiße hier Jetzt muss ich mich Selbst verpflegen Kann ich hier rüber klettern Nee Wie es aussieht nicht Wie es aussieht nicht War ich in diesem Haus Ja Gehe ich da hinten hin Ich gehe erstmal noch in das linke Haus Wenn ich weiß, wie ich da hinkomme Ein Polizeiauto Ein Polizeiauto Oh Press I So, was brauchen wir denn? Boost Ach, kann ich Oh, da ist ein Mensch Kann ich die ausbauen? Ja Die nehme ich einfach mal mit Aber Charakter Load Out Achso, Vehicle Jo Aber wir können das Auto nicht nutzen Die ganzen Sachen fehlen Na gut, die Lichter habe ich jetzt Die nehme ich trotzdem mal mit Einfach Gut, wie steige ich aus? Escape To cancel Oh nein Press I Nein Ich bin schon eingestiegen So, gut Das ist aber eine langweilige Animation So, die Küchen Oh, hier ist was drin Hier ist doch bitte was drin Das dauert Das aufmachen Das dauert Alles vergebens Alles vergebens Oder übersehe ich das immer mit Nur einsammeln Ich habe noch nicht mal eine leere Flasche Ich glaube, der Typ Der fand mich voll dämlich Ich glaube, ich habe mich vorhin richtig zum Affen gemacht Aber scheißegal Ich bin wahrscheinlich der Erste, der hier krepiert ist So, da waren wir Oh, was ist das? Ein Wäschetrockner oder eine Waschmaschine? Oh Take Jetzt geht's nicht Da war irgendwas mit Take Ruin Ach da Oh You have no space Was? Kann ich Aber 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 So, jetzt mache ich das mal kaputt Oder was? Jo Jetzt kann ich mich leider nicht sehen Aber jetzt kann ich das Aber das andere sah besser aus Na, scheißegal Oh, ich dachte Der meinte irgendwie Dass grüne Pflanzen einsammeln Oder so Also das ist ja noch ein bisschen öde hier Dass es hier so wenig gibt Aber es ist ja eigentlich auch realistisch Denn nach 15 Jahren Ich betone immer wieder nach 15 Jahren Kann hier nicht alles voll mit trinken und essen sein Wir müssen vielleicht wirklich gucken Dass wir ein Tier finden Das Habe ich da nicht wo ein Tier rumlaufen sehen Dass wir ein Tier finden Welches ich schlachten kann Aber wenn ich es schlachte Dann muss ich das bestimmt wahrscheinlich noch Irgendwie Grillen oder so Können wir rutschen So, hier kommen die Tombis bestimmt nicht hoch So, hier haben wir alles Hier haben wir alles Wo ist die vierte Maustaste? So Das geht nicht auf Nix Achso, unser Gürtel Unser Gürteltasche ist schon zu 50% voll Ja gut, wir haben auch hier dieses Die Polizeilichter Nein, jetzt nicht dieses Also diese Scheinwerferlichter Das nächste Mal sollte ich den Raum auch systematisch durchsuchen So So, da war ich eben in dem Haus Hier haben wir auch schon alles Mehr ist hier nicht Ich höre ein Zombie Da ist ein Zombie Den töten wir Obwohl Ja, den töten wir mal Ha Achso, ich blute Der hat mich gekriegt, der Penner Oh So, hoffentlich kommt der Zombie jetzt nicht Da ist hier noch einer Nee Ach, der trifft mich Ja gut, wie gesagt Das ist halt Ist halt Noch kein fertiges Spiel Schöne So nimmt das Penner Okay Aber das mit Essen und Trinken Ist ja hier wirklich schwer Wirklich schwer Wieso rennst du weg Oh Ja, ich hab was zu fressen Tierfett und Wolfsfleisch oder was Kann ich das roh essen? In diesen Zeiten muss man auch mal was roh essen Klavier spielen können wir nicht mehr Also da wär's cool, wenn die bis zum fertigen Spiel hier noch einiges verschönern Ja, dass es jetzt nicht so aussehen wird wie Alien Isolation oder so Wird schon klar sein So, ich gucke mal Was haben wir denn hier? Hm Wo haben wir denn das Fett und so ein Zeug Habe ich das nicht eingesammelt? Doch, hier Wie das Habe ich mir in die Tasche gepackt oder was? So kann ich das einfach so essen Na toll Das Fleisch muss erst Naja, aber Aber wo kann ich denn Kann ich denn überhaupt Holz irgendwo einsammeln? Na normalerweise Das Ding Oh Mhm Es wird hell Es wird Tag Oh, da ist ein größeres Haus Da gehen wir mal hin Bevor wir wieder sterben 67 Gesundheit So, was haben wir denn hier drin? Was haben wir denn hier drin? Nix Erstmal unten durchsuchen Auch nix Auch nix Ich muss unbedingt mal gucken Wie ich denn die Tasten umbelegen kann Oder so Ich weiß nicht wo die vierte Maustaste ist Auch nix Auch nix Ein Flugzeug Oder was? Oder ist Musik? Da Der will da hin Da rennen wir mit 15 Jahre Und hier fliegen noch welche Use it Ja toll Ich hab kein Holz Da ist ein Zombie Ey, wo will der Mann hin? Ob die auch alle so viel krepieren? Ich versuche jetzt nochmal Oh, der Zombie wird schneller Ich renne da einfach mal mit In dem Haus war ich sowieso noch nicht Das hat er wahrscheinlich schon geplündert Ach, deswegen ist das wahrscheinlich alles leer Weil die anderen das schon geplündert haben Auf dem Server Oder Kann das sein, dass das immer alles irgendwann respawnt? So ist jetzt das Flugzeug weg Der macht die Tür zu, der Penner Der macht die Tür zu So, dann gehen wir nochmal Na, ich hab ja nix Ich bin gleich tot Und dann werden wir auch Für heute beenden Aber die Grafik Also ich finde, das sieht fast Das sieht fast genauso aus wie Land of the Dead So Eat? Oh, ich konnte es doch essen Geil 24, esse ich noch was So, das ist leer Aber Ich hab Durst Ich hab Durst Ich brauch was zu trinken Sonst krepiere ich So, da waren wir Da waren wir noch nicht So Können die Zombies Türen öffnen? Aaaaaaah So, ich würde sagen Das war's erstmal Das war's erstmal Ich hoffe, wir sehen uns wieder Und wir werden mehr erreichen Es war ja schon ganz lustig Dass wir die Typen da getroffen haben Sogar Ein, zwei Deutsche Aber wir sind dann sofort gestorben Weil wir schon am verdorsten und verhungern waren Und wir werden irgendwann herausfinden Was es mit diesem Flugzeug auf sich hat Ciao Danger 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 Vielen Dank.